Du hattest im Studium mit Recruiting oder Marketing zu tun und suchst nicht irgendeinen Berufseinstieg, sondern die Möglichkeit, persönlich zu wachsen. Mein Name ist Yves und ich bin Gründer von HR Connectum. Ich bin Sophia und Geschäftsführerin von HR Connectum. Wir haben 2016 in Karlsruhe mit der Vision gegründet, mit den besten Recruitern die besten Unternehmen voranzubringen. Heute vertrauen über 100 Unternehmen unserem einzigartigen Recruitment-Marketing-Ansatz. Unsere Kunden retten mit neuen Medikamenten Menschenleben, reduzieren CO2-Emissionen und sorgen dafür, dass die Weltbevölkerung auch in Zukunft ernährt wird. Du baust dafür Brücken zu Top-Spezialisten. Statte dich mit dem neuen Recruiting-Handwerkzeug aus und profitiere von unserem einmaligen Learning-Programm. Bewirb dich jetzt bei uns!